Ein altes Sprichwort besagt. Bene, Mister, Quittin' Capsa Sonat? Auf gut Deutsch. Ene, Mene, Mister, was rappelt in der Kiste? Doch irgendwann, irgendwann, wenn das Gelächter der illustren Familie den scheinbaren Höhepunkt genießt. Bleibt ein letztes Lachen im Hals stecken. Freude weicht der Angst. Klamauk verwandelt sich in pure Panik. Und aus dem Sonnenschein, aus dem Sonnenschein wird ein eiskalter Kämpfer. Herzliches Welcome im Tal des Todes. Die Aufgabe, baut aus diesem Haufen Krimskrams ein Rennwagen, eine Seifenkiste oder einfach nur ein Ding mit vier Rädern. Und das in 60 Minuten. Team Starlight Express legt den perfekten Start hin. Erste Kurve nach rechts, perfekte Linie. Team Mario bleibt dicht dran, nimmt die Verfolgung auf. Wo ist Team 3? Warum stehen sie noch immer in der Boxengasse? Team Starlight ist nicht zu bremsen. Erste Runde geschafft. Boxenstopp. Unglaublich. Zweite Runde. Fast alle Boliden sind auf Spur. Team Bad Bulls scheinen technische Probleme zu haben. Jetzt läuft's. Und die Kiste von Starlight Express überquert die Ziellinie. Auch für Bad Bull scheint es noch ein gutes Ende zu nehmen. Dabei sein ist alles. Oder wie wir es nennen. Der zweite ist der erste Verlierer. Alle Ergebnisse des Rennens finden sie auf Videotextseite 361. Und die Moral dieser Geschichte. Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis.